Hallo und herzlich Willkommen bei NewfitTV. Ich bin der Sebastian und wir machen heute wieder zusammen Fight Fitness. Ich darf euch recht herzlich einladen zu mitmachen und wir fangen gleich damit an. Wir fangen an mit Jack und Cross Jack. Es geht kein los für mich. Wir fangen an mit Jack. Wir fangen an mit Jack und Cross Jack. Super! Die erste Runde hätten wir geschafft. Die Reihe auf der nächsten. Auf der anderen Seite nochmals die Geige. Und ihr könnt es kurz warten wollen. Wir fangen an mit Jack. Wir fangen an mit Jack und Cross Jack. Wir fangen an mit Jack mit dem Vorrenbein und dazu Leg Raises. Macht euch bereit. Wir machen zuerst ein Kick. Dann abgefallen lassen und dann mit der auberen Hand auch das. Und der Skate. Und der Skate. Wir fangen an mit Jack und Cross Jack. Jawohl, genau. Die nächste Seite, die Seitenwärts wieder. Und das ganze ist gleich nochmal. Und nicht auf der anderen Seite. Kannst du jetzt mal mal was trinken? Ja hoor, nächstes jonge ist einfach mit Tuken, dann mit Tuken muss es sein, Chad, Ross, Chad. Aber Tuken ist immer das Wichtige daran. Ja hoor, ganz gut. Mit den beiden Seiten wieder. Kennt der Fischer. So kommt es drauf. 1, 2, 1. Jawohl, gut. Nächste Um, Front Kick plus High Ines. Das heißt, die Kintenzähne mit dem Front oder dem Voreinboot. Ein Front Kick und dann noch einmal das Knie nach. Macht euch gleich mal bereit. Auch das hier. Ja, das war. Ja, das war. Andere Sende. Ja, das ist ja Front Kick und dann noch einmal das Knie nach. Ja, das war. 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 Ja, gut. Nächste Ego ist Jack plus Uppercut. Haken von unten, Kinnhocken am anderen zusammen. Allatio. Saßtübcie. Atechat. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.